Hallo und herzlich willkommen zum Sportgarten. Heute an meiner Seite ist wieder der Leo, der mit uns Sport macht. Wir von der HSG Konstanz besuchen auch im Namen der Stadt die Kindergärten und machen dann mit denen einmal die Woche gemeinsam Sport. Verschiedene Spiele, so wie wir es auch jetzt wieder heute machen. Ganz herzlich möchte ich mich auch noch beim Freundeskreis des Deutschen Handballs bedanken, die uns da fördern und unterstützen. Fangen wir an mit dem Spiel Feuer, Wasser, Sturm. Kennt ihr alle. Was machen wir bei Feuer? In die Ecken. Wasser. Hoch. Sturm. Boden legen. Kaugummi. Was war Kaugummi? Kleben. Genau, haben wir noch Kaffeeklatsch. Kaffeeklatsch? Genau, auf dem Boden und ich glaube dann haben wir alles, oder? Eis können wir noch machen. Eis. Genau, das Einfrieren. Gut, darf ich sagen, können wir wieder mit der Musik starten und du darfst dich jetzt mal bewegen wie ein Känguru. Okay? Alle bewegen sich wie ein Känguru. Und los geht's. Sturm. Sehr gut. Und es geht weiter wie ein Pferd. Okay? Genau. Und Wasser. Jawohl. Gut, dann darfst du jetzt wie eine Spinne krabbeln. Hier zu Hause natürlich auch. Wie eine Spinne. Genau. Und weiter. Feuer. Schnell ins Eck. Guck mal, gerade hierher. Reicht glaube ich schon. Du musst gar nicht so weit. Jetzt sieht man dich nicht. Genau. Perfekt. Und es geht weiter wie eine Schlange. Aber die kann das auch. So, und Kaugummi. Kaugummi. Klebst an mir fest. Okay. Dann löse ich dich wieder. Oh, du klebst aber fest. Und... Ach, geht nicht. Du bist zu stark. So, okay. Nächstes Tier machen wir... Was machen wir als nächstes? Eine Giraffe. Nö. Zu groß. Mach mal eine Giraffe. Zu groß. Guck mal, wie du kannst. Und Kaffee klatsch. Und Kaffee klatsch. Sehr gut. So, letzte Runde. Du darfst jetzt dich bewegen. Wie ein Elefant. Ne, wie eine Lampe. Eine Lampe geht leider nicht. Machen wir ein Elefant. Komm, auf. Letzte Runde. Einmal ein Rüssel. Ist gut. Und das auch. Dampfen. Und das auch. Dampfen. Löffel hier. Was wir... Wir fangen an mit einem Eierlauf. Okay? Drei Eier? Ne, ne, drei. Kannst du euch drei nehmen. Guck mal. Wie passen wir drei auf den Löffel? Alle drei muss nicht auf den Löffel. Komm mal mit. So. Gehen wir hierher. Guck mal, ich darfst mal hinter die Linie legen. Wir spielen eine Runde Eierlauf. Gib mal ganz kurz den Löffel. Genau. Haben wir, glaube ich, schon auch mal gemacht. Und zwar darf jetzt der Tischtennisball auf den Löffel. Und dann läufst du Slalom hier durch. Und versuchst jetzt zum Schluss, wir sind schwer, aber wir probieren es. Oh, ich habe ihn. Genau. Den Ball auf die Flasche zu legen. Genau. Ihr könnt es probieren. Ich habe es jetzt auch nicht geschafft. Gar nicht so leicht. Der will nicht. Wir machen es mit Hilfe, würde ich sagen. Guck mal, ihr dürft mit einem Finger hier so stoppen. Genau. Dann liegt er drauf. Gut. Probieren wir es mal. Okay? Okay. So. Dann. Geht? Jawohl. Und los geht's. Upsa, bist doch schnell. Probier es nochmal. Komm mal her. Noch mal zurück. Machst du dich erstmal eine Runde langsam. Danach, wenn es gut klappt, kannst du es ein bisschen schneller probieren. Probier es mal. Genau, dass du gut ankommst. Gut. Und dann legst du es drauf. Ganz genau. Halt den fest mit der anderen Hand. Jawohl. Passt. Und zurück. Nächsten holen. Sehr gut. Jawohl. Genau. Jawohl. Jawohl. Und dann wieder drauflegen. zurück. Und zurück. Und den letzten. Perfekt. Genau. So. Dann nehmen wir sie wieder weg. Du darfst das Renten holen. Legst sie wieder an den Start hier. Komm her. Wir machen es noch ein bisschen schwieriger für dich beim Laufen. Jawohl. Und zwar darfst du jetzt rückwärts durch den Parcours. Okay? Wieder ein Ball auf den Löffel. Und rückwärts durch den Parcours. Genau. Rückwärts. Das ist immer noch vorwärts. Probier es rückwärts. Genau. Drauflegen. Perfekt. Wieder zurück. Nächster. So. Jetzt rückwärts. Genau. Gut. Gut so. Und wieder. Macht nichts. Einfach wieder auf den Löffel und probier es nochmal drauf zu legen. Gut so. Und den letzten noch. Auch nochmal rückwärts. Rückwärts. Genau. Und rum. Und auf die Flasche. nochmal probieren. Sehr gut. Jawohl. Dann darfst du, guck mal, Leo darf gerade die Bälle gerade wieder an die Seite legen. Ich nehme die Seile. Kannst du auch gleich in die Schachtel machen. Die brauchen wir nachher. Das ist richtig. So. Wir räumen kurz alles hier ein bisschen auf. Und dann. So. Das machen wir gleich. Okay. Das machen wir gleich. Ganz zum Schluss. So. Guck mal. Darfst du mal zu mir kommen? Wir müssen wieder den Konstanz TV Zuschauern Tschüss sagen. So. Genau. Wir verabschieden uns von den Konstanz TV Zuschauern. Und auch hier wieder, wenn ihr weiter mit uns noch ein bisschen Sport machen wollt, einfach auf den Livestream der HSG Konstanz gehen. Sitzel. Dannionalg auf die Sitzel. Dann nochmal mit uns ein bisschen Einmal rein. Wie ist dieses Problem? Und dann geht's das Problem. Es ist also sehr wichtig. Es ist zu sagen, wenn ich die Sitzel öffnete. Oder? Die Sitzel sind so. Die Sitzel ist. Das Problem ist. Wie ist das Problem. Bei der Sitzel. Das Problem ist nur das Problem. Ich bin so.